toni krausinis sohn schreibt wunschzettel für youtuber an den weihnachtsmann weihnachtsmann du wärst ganz rot ja heute geht's um tanzverbot dem wünsche ich eine echte frau aber bitte eine geile sau eine alte frau darauf steht er ihm dazu noch ein geheimes schloss damit er wirklich schwer zu finden ist damit in keins dieser spaß die kinder mit ist auch wer noch einmal 500.000 abonnenten auf youtube nicht schlecht weihnachtsmann befiehl deinem knecht dass all dies in erfüllung geht damit tanzverbotswelt sich weiter drehen